Hey! Was machst du gerade? Du guckst doch nicht nur dieses Video hier. Wahrscheinlich chattest du parallel in WhatsApp oder du hängst auf Insta ab. Wusstest du, dass Social Networks und Messenger, aber auch Mediatheken, Blogs und Podcasts wie öffentliche Räume funktionieren können? Weil du durch sie zum Beispiel Zugang zu Bildung hast und weil du in sozialen Netzwerken ganz unterschiedlichen Menschen begegnest und du ihre Perspektiven kennenlernst. Wahrscheinlich findest du manche von denen sympathisch, andere magst du nicht. Ist wie im richtigen Leben. Geht mir genauso. Wir verabreden uns über Events auf Facebook oder vernetzen uns mit anderen aus der Stadt, aus Europa oder weiter weg. Wir liken Fotos auf Instagram, Memes, die wir gut finden oder gucken auf YouTube ne Story über die krassesten Metropolen der Welt. Ich kapier dann immer erst, wie anders der Alltag von Menschen aussehen kann. Wir alle leben so unterschiedlich. Durch Medien erfahren wir voneinander. Natürlich kann es dann auch manchmal knallen. Konflikte treten überall auf und müssen ausgetragen werden. Aber leider kommen wenige so richtig ins Gespräch. Viele wollen nur das lesen, was sie mögen. Wär es nicht besser, wenn man seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor Hatespeech zu haben? Ohne Mobbing? Und so, dass meine Daten sicher sind und meine Privatsphäre geschützt wird? Vielleicht brauchen wir ja doch mehr Regeln. Und vielleicht sollten diese Netzwerke nicht großen Konzernen gehören, sondern uns allen. Jedenfalls brauchen wir mehr echte öffentliche Räume, wo unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zusammenkommen und sich die Leute mit Respekt streiten können. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setzt euch ein für öffentliche Räume, für einen friedlichen Austausch und produktiven Streit. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, was machst du gerade? Du guckst doch nicht nur dieses Video hier. Wahrscheinlich chattest du parallel in WhatsApp. Oder du hängst auf Insta ab. Wusstest du, dass Social Networks und Messenger, aber auch Mediatheken, Blogs und Podcasts wie öffentliche Räume funktionieren können? Weil du durch sie zum Beispiel Zugang zu Bildung hast. Und weil du in sozialen Netzwerken ganz unterschiedlichen Menschen begegnest und du ihre Perspektiven kennenlernst. Wahrscheinlich findest du manche von denen sympathisch. Andere magst du nicht. Ist wie im richtigen Leben. Geht mir genauso. Wir verabreden uns über Events auf Facebook oder vernetzen uns mit anderen aus der Stadt, aus Europa oder weiter weg. Wir liken Fotos auf Instagram, Memes, die wir gut finden oder gucken auf YouTube eine Story über die krassesten Metropolen der Welt. Ich kapiere dann immer erst, wie anders der Alltag von Menschen aussehen kann. Wir alle leben so unterschiedlich. Durch Medien erfahren wir voneinander. Natürlich kann es dann auch manchmal knallen. Konflikte treten überall auf und müssen ausgetragen werden. Aber leider kommen wenige so richtig ins Gespräch. Viele wollen nur das lesen, was sie mögen. Wär es nicht besser, wenn man seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor Hate Speech zu haben? Ohne Mobbing? Und so, dass meine Daten sicher sind und meine Privatsphäre geschützt wird? Vielleicht brauchen wir ja doch mehr Regeln. Und vielleicht sollten diese Netzwerke nicht großen Konzernen gehören, sondern uns allen. Jedenfalls brauchen wir mehr echte öffentliche Räume, wo unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zusammenkommen und sich die Leute mit Respekt streiten können. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setzt euch ein für öffentliche Räume, für einen friedlichen Austausch und produktiven Streit. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, was machst du gerade? Du guckst doch nicht nur dieses Video hier. Wahrscheinlich chattest du parallel in WhatsApp. Oder du hängst auf Insta ab. Wusstest du, dass Social Networks und Messenger, aber auch Mediatheken, Blogs und Podcasts wie öffentliche Räume funktionieren können? Weil du durch sie zum Beispiel Zugang zu Bildung hast. Und weil du in sozialen Netzwerken ganz unterschiedlichen Menschen begegnest und du ihre Perspektiven kennenlernst. Wahrscheinlich findest du manche von denen sympathisch. Andere magst du nicht. Ist wie im richtigen Leben. Geht mir genauso. Wir verabreden uns über Events auf Facebook oder vernetzen uns mit anderen aus der Stadt, aus Europa oder weiter weg. Wir liken Fotos auf Instagram, Memes, die wir gut finden oder gucken auf YouTube eine Story über die krassesten Metropolen der Welt. Ich kapiere dann immer erst, wie anders der Alltag von Menschen aussehen kann. Wir alle leben so unterschiedlich. Durch Medien erfahren wir voneinander. Natürlich kann es dann auch manchmal knallen. Konflikte treten überall auf und müssen ausgetragen werden. Aber leider kommen wenige so richtig ins Gespräch. Viele wollen nur das lesen, was sie mögen. Wär es nicht besser, wenn man seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor Hate Speech zu haben? Ohne Mobbing und so, dass meine Daten sicher sind und meine Privatsphäre geschützt wird? Vielleicht brauchen wir ja doch mehr Regeln. Und vielleicht sollten diese Netzwerke nicht großen Konzernen gehören, sondern uns allen. Jedenfalls brauchen wir mehr echte öffentliche Räume, wo unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zusammenkommen und sich die Leute mit Respekt streiten können. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setzt euch ein für öffentliche Räume, für einen friedlichen Austausch und produktiven Streit. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen.